ja und ich komme zu einem weiteren let's play spintires jetzt hier mit alex es wird jetzt langsam nacht und ich habe mir hier so eine grobe route eingezeichnet zum zielen ja ich würde sagen probieren wir es mit dem kurz wir müssen da achtmal hinfahren ja genau ja das ist lustige dafür gibt es sogar eine steamerrungenschaft oh gott oh gott der matsch sicher ein na komm jetzt sieht er jetzt wieder an jawohl wo bleibst du ja geht nicht ja hier brauchst du allrad du kommst in so krassen match nicht ohne allrad da einfach immer geradeaus da ah gott oh gott na wo bleibt er denn plus 1 rein bleib bei 1 kannst plus 1 machen aber naja naja sag ich dir nur oh warte ich hab grad meinen motor abgewürgt aber du musst mal kurz auf mich warten ja ich warte ich würde dich auch herziehen aber du bist viel zu weit weg komm ja allrad an lassen okay jetzt kommt versucht mir in der ideallinie hinterher scheiße ich habe mich festgefahren ein coming du musst du musst ich zieh dich raus kein problem bevor ich mich jetzt hier auch fest war muss ich mich kurz richtig einordnen im on my way die bergrettung jawohl einmal fortgeschritten zack zack jawohl und jetzt gas geben angebot annehmen ja 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 gibt gas ich gebe auch gas ich gebe auch gas full stoff ich gebe stoff ich ziehe an ich ziehe an ich ziehe an okay 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 perfekt weiter geht's haha so muss es sein so jetzt in 1 plus wir müssen probieren über diesen gelberigen match zu kommen und etwas weiter links motor unterdreht scheiße dann muss es umschalten in 1 plus immer ganz schnell machen es geht bei mir noch nicht so wie gesagt ich will das spiel das zweite mal ja klar verdammt witzig das ist auch lustig bloß zu viert wird halt echt der kracher würde ich dringung wo bist du das gibt's doch nicht sag bloß nicht oder ne nur motor abgewürgt gott sei dank weiter geht's ich schalte gerade noch nicht im plus 1 ich auch noch nicht das ist noch etwas zu blöd 104 schaden schon ich habe 162 aber das ist nicht so tragisch noch das geht noch alles ist noch alles im rahmen egal wir können ja auch 100 reparaturpunkte können wir weg machen ja jetzt geht's ja ab im plus 1 gang ja wenn ich nur plus 1 drin hätte ja und ich hab mir da meinen motor abgewürgt ja deswegen hier noch nicht richtig plus 1 weil hier ist zu hartes gelände dafür so hier geht's dann ja jetzt komm ne oder so hier kann man irgendwo glaubt du musst noch mal zurück ohne witz hast du dich jetzt echt festgefahren ich verbraucht dadurch richtig viel sprit durch ständige zurückfahren ich hab nur noch 207 liter ich rechne dir das verhandeln die liter ich weil ich sehe dich nicht da hinten aber hinten weil ich hab ja auch kein baum oder so wo ich mich rausziehen könnte ja weil du zu weit deckt bist sondern mal an also warte geht nicht hast du jetzt nicht ja warte warte kurz muss kurz ich habe angenommen eigentlich ja hast du ja nee warum ging das nicht ah gott warte ich fahre noch mal etwas weiter zurück so stopp so jetzt hat äh ja hä ist schon wieder keine winde dran hä was ist denn da los weil ich fahre ein bisschen näher vielleicht kann man es nur wirklich nahe machen so jetzt hat aber jetzt hat es dran ja 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 voll kraft ich ziehe noch ein wenig an ja geht 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 und gas gibt gas gibt gas ja ich mach das jetzt perfekt ich bin ja der retter in der not obwohl ich eigentlich immer dieses problem hatte du musst immer schauen dass du auf diesen gelben ding fährst wo wir jetzt auch gleich drauf fahren werden aber 130 schaden habe ich mittlerweile ja das ist normal ja okay hier kann man allrad ausschalten und eins plus rein also dafür muss ich erst ein bisschen mehr gas geben so jetzt so sieht doch gut aus ja die zusatz beleuchtung beleuchtung finde ich bringt es auch ja hier müssen wir dann kurz anhalten wegen weil ich gucken muss ja fahr mal hier fahr mal grad aus motor schon wieder abgewürgt go ja hier ist doch wie sie auch gott hier ist aber nicht mehr surpladin allrad auch gott und wie man braucht gott 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 da geht es ja gar nicht daran erwähnt war auf jungen da kommen jetzt hat war der ich bin gleich drüber und st ein rot aus hey wo bist du überhaupt hinter dir aber wir machen gerade den umweg sehe ich gerade warum machen wir das Daniel es geht nicht das ist für den umweg fahren mein gott ich meinen macht du noch mal Routenplanung wenn die ganze Karte verdeckt ist ich guck doch geil alle ja denke ich mir auch so hier brauchst du wieder allrad das geht sonst gar nicht da geht es nicht voran doch oh gott oh gott oh gott ja okay doch warte ab bis du wieder stecken bleibst dann sagst du nie mehr geht doch zu der 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 zehn liter die minute wart ab hätten wir vulkamen gespielt ne würden wir 40 liter die minute brauchen alter der fährt sich hier so fest scheiße ich steck fest nein warte oder ja ich probiere es gerade auch obwohl es geht schon etwas jetzt geht es wieder aber es wird immer wieder langsamer wieder schneller komm 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 jawohl jetzt ich habe grüpp ich habe grüpp perfekt bei mir geht es wieder aber mir geht es gerade gar nicht ich dachte mir wieder so ein tag kommt ich habe es davor noch gesagt aber ich kann noch zurücksetzen halt nein passt da eine mann doch noch ist drin die einfach nur die winde es dürfte reichen muss ja und jetzt gibt das ja ich mache ja schon so jetzt hat jetzt kommt ein kong 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 jungen das eilrad anja ja sicherlich ich muss mal tanken wie viele da noch 197 170 jetzt heulen drum ich habe durch die schon so viel mehr liter verbraucht und krass eilrad aus und 1 plus rein die kmh anzeige fehlt mir so ein bisschen ich habe gerade irgendwie irgendeine werbung auf dem ohr werbung ich habe doch irgendeinen stream oder so am laufen von irgendwem super ich habe keine ahnung wohin wir fahren ne stopp hier stopp probieren was heilige scheiße da wollen wir nicht lang oder warum ja doch mal hin zurück ja dann haben keine wahl wir müssen hier rechts weg pass auf machen gleich hier hier direkt stopp und da oben rechts ne hier rechts hier hier direkt jetzt gerade aus siehst du wie man vor allem hinterher vor die kipps ja man braucht die allraht man braucht die allraht eindeutig es gibt uns die gar nicht voran also ich bin schon wir haben genau dieselben dieselben lkw ist also da gibt es keinen unterschied also aber doch du bist nein nicht diese strecke nicht diese wege stopp hier stehen bleiben das ist hier doof der weg hier ist übelst doof da muss man übelst auffassen dass man sich nicht festfährt das ist mir nämlich im video passiert ja wir sind dort zu zweit ja trotzdem kann man sich jetzt fahren und freund und scheiße ich habe mich ich bin ja ich habe mich festgefahren ja ich hole dich raus warte scheiße warte ich probier's mit allrad obwohl warte es geht langsam und und sehr langsam aber es geht aber es geht es geht es geht es geht ok fahr weiter fahr weiter fahr weiter hier bin ich erst vorbeigefahren hier fährt man sich leicht fest mach allrad an zur sicherheit und 1 plus oder so aber heilter schwede hier ist nämlich irgendwo noch eine verdeckung die man freischalten kann ja hier so halte jetzt mal ganz gleich hinter mir hier ok so jetzt schaue ich mal kurz auf die map wie wir das ganze machen so hier gibt es so einen kleinen sumpf umweg den müssen wir benutzen ok das machen wir das schaffen wir ok komm mit allrad an allrad an allrad an oh god und 1 plus dann rein hier allrad an das ist erstes das ist erstes gebot ok wir müssen hier entlang fahr hinter mir am besten ja fahr vor jetzt den berg runter kannst du allrad ausmachen hier ist noch nicht unbedingt bedarf aber man merkt schon wenn man jetzt hier entlang fährt dass der dass die reifen schon ein bisschen ja sich eingraben ja wie viel schlamm da dran hängt ja die müssen was aushalten die dinge ich habe mal sowas im fernsehen gesehen dass diese riesen lk diese riesen trucks die so auf baustellen und so arbeiten diese mega dicken dinge damit die reifen da die kosten 31.000 euro oder so boah ok hier lieber allrad hier lieber allrad mal an sicher ist sicher ja geht noch sobald ich merke dass ich langsamer werde meist an ich verbrauche schon ohne allrad 5 liter 10 10 liter ohne allradrad wenn es bergauf geht dann werden es immer krass mehr da muss man echt aufpassen versuch auf diese grünen flächen zu fahren nicht auf diese braunen und allrad an auch gerade ich mache allrad an das kann ich sonst gar nicht haben wenn ich mich wieder festfahre oder wenn sich zwei festfahren dann haben wir übelst verkackt halt halt was los da vorne geht es im wald da geht es nicht weiter glaube ich wir könnten es riskieren aber ich kenne keinen anderen weg und unser treibstil wird langsam knapp warte mal ich schau grad auf die map ich sehe links von uns unten ist so ein waldweg wollen wir da entlang fahren ja warte mal komm fahr mir mal hinterher ich sehe da hinten was ich habe kein gutes gefühl wehe wehe mein freund wehe du lockst mich in eine falle ja guck mal da kann man doch herfahren oder ja dann gib gas gib gas komm allrad an und da hoch und dann kommt da doch wahrscheinlich ein weg oder komm für uns ich warte mal zur sicherheit hier unten ja ach ich habe Zeit warte mal warte mal warte mal ich glaube ich brauche da meine Winde dann probiert doch mal so wie auch immer geschmeidig die Mutter aus ja und wie wechsele ich dann die Kamera ja mit 1 oder einfach mit der Maustaste mit der Maus ziehen das scheint mir schlecht was zuvor hast du das ist ein Wald du das ist Wald da kommt keine Strecke hier ist eine Strecke wie wollen wir durch den Wald durch die Strecke also hier ist keiner ja fahr zurück ich habe jetzt einen Plan wo wir 800 Meter haben bin mir unsicher ob wir soweit kommen noch mit dem Treibstoff aber naja probier's mal Motor starten warte kurz muss umdrehen das geht doch alles klar wohin da da lang wo ich jetzt hinfahre wir haben vor auf den Weg zu kommen wo ich einen gesehen habe da ok 1 plus am besten oh oh auf den Desktop gekommen geht noch das ist ein Aufroader der schafft das warte ich mach mal hier Differentialsperre aus und teste mal einfach nur mit M1 plus ob das funktioniert ja wohl das geht eigentlich das klappt ne aber er verbraucht nicht viel weniger der verbraucht eigentlich immer noch so viel na bei mir 3 Liter nur berg hoch grad 9 ja immer berg hoch rund hier ist ja viel Berg ja Differentialsperre verbraucht nicht wirklich mehr ja das ist nur das mit der Traktion an den Rädern ah hier ich hab den Weg gefunden folge mir unauffällig hier wieder Differentialsperre an lieber mal bevor wir hier fest schenken werden ich hoffe dass der Weg uns richtig hinführt obwohl naja der weicht so von meiner Route ab da müssen wir doch links lalalalala lalalalala oh Gott komm gib Gas Truck du schaffst das ich hab dich lieb ok du musst jetzt mal hier dann kurz warten da wo ich jetzt gerade das hat mich grad 70 Schaden gekostet haha 123 ich glaub ich reparier gleich mal 100 mach ich danach auch warte bleib hier stehen bitte warte auf mich bleib hier stehen ich teste ich scheiße man fährt sich hier fest fahr zurück fahr zurück kommst du zurück ja dann muss ich dich ziehen nee nee ich probier da rein ich probier nicht raus zu kommen warte ich benutze mal die Winde äh da vorne den fest zu machen warte mal und ziehen ich probier jetzt einfach mal durch den Wald durch zu kommen ok ok mach das ah nee das sieht sehr schlecht aus äh du musst mich rausziehen oder nee warte es geht rückwärts etwas aber da ich dich rausziehen oh ich fahr mich grad fest rückwärts pss ahhh oh 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 bitte du musst mich rausziehen ja ich komm nicht weg und weißt du was sag bloß dass sie auch festgefahren ja aber ich kann mich ich allrad an alles an ja hab ich aber pass mal auf ich hab jetzt auch einen Plan aber ich würde sagen wir beenden das Display und schauen im nächsten Display wie wir hier weiterkommen in diesem Sinne aber das ist fies von dir irgendwie der Katz ja das ist aber genau der richtige also dann Leute bis zum nächsten Mal Leute und dann schauen wir mal wie wir hier rauskommen naja ok also machs gut ciao ja 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 ja